Traurig, aber verwundert mich auch eigentlich ganz und gar nicht, um ehrlich zu sein. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet. Deutschland oder Gottes Reich? Ich denke, es ist Deutschland, ja. Warum glaubt ihr das? Weil das schon so, keine Ahnung, das ist so, das ist jetzt so, wie soll man das sagen? Keine Ahnung. Es ist unser Gefühl. Boah. Deutschland. Warum glaubst du, dass es aus Deutschland ist? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass die, gerade die Werbesprache oder die Sprache, die in der Werbung gerade derzeit verwendet wird, ist sehr, ja versucht gerade in Deutschland sehr so keck und sehr so auf die Fresse, straight forward zu sein. Du hast recht, es ist aus Deutschland. Und zwar hat das Markus Frohmeyer gesagt. Auf einer AfD-Kundgebung. Was denkst du über so Aussagen und allgemein, was du da mitbekommen hast jetzt, was wir dir gezeigt haben? Traurig, aber verwundert mich auch eigentlich ganz und gar nicht, um ehrlich zu sein. Weil? Weil ich das Gefühl habe, dass in den meisten Ländern auf der ganzen Welt gerade sehr starke Extreme sich auch kristallisieren, oder zumindest wird das kommuniziert. Und ja, es ist halt immer die linke Extreme und die rechte Extreme. Also jetzt auch im Beispiel jetzt in Amerika oder sowas, finde ich, geht das eh in dieselbe Richtung. Nur das finde ich in deutscher Politik oft so ein bisschen so der Nachgeschmack vom Zweiten Weltkrieg halt irgendwie durchkommt. Und so. Oder zumindest ist der in meinem Kopf so schnell da. Ja. Na. Na. Das ist ein bisschen. Und so. Vielen Dank.